Du sollst ihn auf Discord anrufen. Hallo? Digga, was ist das von dir für ein Profilbild, Bro? Das ist das Bild tatsächlich, wo ich deine Mutter im Pulver führter bin. Erinnerst du dich? Ah, ja, ja, ich remember. Digga, was hast du hier am 12. März geschrieben? Hey Kevin, du hast ja Ahnung von Krypto. Ich habe sehr viel Geld gemacht. Hilfe. Wo, was? Was hast du im Discord geschrieben? Wie kann man so affentitten geil werden wie du? Ist das scheiße? Bei 21, ah, 2147, ja Bro, da war ich off the sands, you know, I'm the same, Bro. Off the sands. Passiert nicht schlimm, nicht schlimm. Ey Bro, mein Chat wollte unbedingt wissen, wie es mit der Opernsängerin ausging. Du musst aber natürlich nichts dazu sagen. Die hat die Tonleiter nicht gesungen. Okay, abzahlen. Also, aber ich habe mit zwei noch mal so ein bisschen Kontakt gehabt. Und vielleicht geht mal das eine oder andere gemeinsame Projekt noch mal an. So ein Minecraft-Projekt. Findest du, findest du, ich bin ein Fußfetischist, Digga, weil ich die letzten beiden drin hatte, die man an Füße gesehen hat? Nee, nee, nee. Aber mein Chat hat auch schon einen guten Take gemacht. Du bist schon so jemand, der sich auch anpissen lassen würde, right? Bro, das ist, ja. Also, ja, also, ja, 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 schon. Ja, so, also ich habe das schon mal, ja, Bro, das ist mal, also ausprobiert halt. Ja, genau, ja, aber ich habe auch, ich habe das auch gesagt. Ich meinte so, ich weiß nicht, ob es jetzt mir das Enjoyment bringt, aber wenn es ihr das Enjoyment bringt, dann würde es mir irgendwie auch das Enjoyment bringen. Würdest du mal, würdest du lieber, würdest du lieber ein Liter Pipi oder ein Liter Sperma trinken? Kurz sagen. Deswegen, dann weiß ich, wir später. Ich würde eher die Pisse trinken. Und wenn wir halbe, halbe machen, so on the rocks? Bruder, verhandeln wir gerade? Ist das gerade eine Verhandlung? Ich will nur Vorschläge machen, dass wir uns irgendwo treffen. Weißt du, was ich meine? Vor allen Dingen, wo kriegt man ein Liter Sperma her, Junge? Digga, hä? Einfach, Bro, ich glaube, Hugo hat safe so ein Kanister unterm Bett. Oh, Bro. Der sammelt, der sammelt, wirklich. Das ist ein Sammler, das kann sein. Kevin, ich schicke dir später mal, einfach nur, aber ich mache das nur für dich, okay? Später mache ich dir mal kurz ein Video aus meiner Schublade, weil das alle mal wissen wollen, okay? Oh mein Gott, aber das darf ich nicht zeigen im Stream, oder? Das darfst du nicht leaken, nein, nein, nein. Okay, kannst du jetzt direkt machen? Kannst du direkt machen? Ich zeige es nicht. Ja, okay, warte kurz, warte kurz. Darf ich irgendwas dazu sagen? Ja, dann muss ich aber, ich muss kurz, ich muss kurz Countdown reinmachen bei mir, dass man nicht sieht, okay? Ja, mach ich. Also, ich muss da die ganze Kamera umstellen, warte kurz. Chat, ich mache kurz Countdown rum, okay, warte. Also, soll ich... Darf schon was dazu sagen? Okay, du schickst bei WhatsApp oder so. Oh, nichts, nichts denken, dass es so komischer wird, okay? Bro, ich denke sowieso, ich weiß, also, ich denke auch so, dass du komischer bist, halt. Okay, warte, ich gehe einmal so durch, ja? Ich denke, das ist, Chat, ich schwöre euch, da ist jetzt safe so ein... So ein... Okay, Kevin, bist du noch da? So ein fucking Tentakel-Dildo da. Ja, bin da. Okay. Okay. Aber Ton kann ich machen, ne? Hat man ja eh gehört. Ja, ja, safe, safe, safe. Okay, warte, ich gehe einmal so durch, ja? So... So... Ja... Okay, das Wiederschein zeige ich dir kurz, ja? Wer ist denn er? Das ist hier so... Ja, Ding halt, ne? Genau. Warte, ich zeige auch kurz die da drunter. Aber die da drunter darfst du gar nicht drüber reden, okay? Bro, what the fuck? Ey, ist das wirklich für so Sex-Stuff? Äh, ja und nein. Die zweite Schublade eher weniger, aber ist all, ist all, 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 so legal-mäßig, weißt du, was ich meine? Ja, 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 normal, normal, normal. But still, so. Ja, ja, das check ich, das check ich. Aber, 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 sei ehrlich, so, so geisteskrank ist nicht. Klar, so ein paar Sachen, wo man denkt, so, hä, muss das so, aber... Ja, also, ja, also ich hatte da, ich hatte eigentlich nur bei dem letzten, wo ich dachte, okay, what the fuck. Ansonsten finde ich eigentlich, ich finde allgemein eigentlich, jetzt gibt es wenig, was ich jetzt nicht normal finde. Also wir, wir waren in Barcelona in so einem Sex-Store, so Just for Fun-mäßig, also so 50-50-mäßig, aber so, auf jeden Fall war da so, da war so ein, so ein Dildo, der hatte no joke unten, so diese Grundfläche hatte so einen Durchmesser von so ungelogen 15 bis 20 Zentimeter, würde ich schätzen. Ich war vor, ich war Freitag, war ich noch auf einer Party mit Darkroom, ne? Ja. Oder ich habe noch nie gesehen, wie jemand eine ganze Hand in seinem Arsch verschwinden lassen kann, Bro, wirklich. Das war mir zu viel. Das war aber sogar ich gesagt. Sag doch nicht verschwinden, Junge. Ja, Digga, nein, das war weg, wie Staubsauger. Geissen. Digga. Das war, das war zu viel so. So Fisting habe ich auch nie gecheckt. Ich glaube, das... Das fühle ich nicht, Digga, das ist quatschig, oder? Das, das, das sieht auch einfach nicht irgendwie, das in meinem Kopf ist das nicht ästhetisch, irgendwie. Ja, was hast du denn davon, außer Pain? Ja, genau, aber ich, ja, ja. Bist du bei diesem Fortnite-Turnier dabei, ne? Was ein, was ein random Übergang. Digga. Äh, nee, bin ich nicht dabei. Okay, weil ich muss da jetzt mal wieder reingehen, Bruder, wenn du willst, können wir jetzt mal ein paar Sachen gegenseitig in den Arsch decken, ja? Jo, alles klar, machen wir so. In-game, alles klar, Kuss, 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 ciao, ciao, ciao. .